Hallo der PlanespecTailer für euch Amiga von und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Inscription. Ich bin hier schon mal zurück zu dem Spastlon gelaufen. Wir haben ihn ja gebracht was er wollte und können damit beim Zaubererturm jetzt schabernackt bleiben. Besuch dir jetzt den Cut-Offs und ich veredelsteine sie. Ab dann wird ihre Gesundheit erhöht, wenn du einen grügelnden Edelstein hast. Durch Besitzer eines Orangen Edelsteins wird die Kraft erhöht, werden ihre Energiekosten gesenkt. Du wirst schon sehen. Das ist ziemlich geil. Lohnt sich halt zum Beispiel bei sowas hier den Doppelschützen. Mach das. Geil. Siehst du diese Dinge in den Ecken? Sie leuchten auf, wenn du die richtigen Edelsteine hast. Du wirst schon sehen. Du wirst sehen, wie ich dich hart in den Arsch wärmse, Hermelin. Ich als mein Kanal auf 100 Abonnenten kam. Mit den Videos wollte ich mich von meiner Trauer ablenken. Kaum zu glauben, wie beliebt sie wurden. Hab große Pläne für den Lucky Kader dieses Jahr. Also die Schwester des Lucky Kader ist ebenfalls gestorben. Okay. Du weißt, was zu tun ist. Eigentlich nicht. Wobei, das war wieder was zu verbessern einfach, ne? Verbessern wir das andere Bärli, oder? Oder den. Verbessern wir den Doppelschützen. Ich ziehe einen Kader von einem Stapel, leere Gefäße. Wache. Geil. Sieht gut aus. Was ist hier? Kann man nochmal? Geil. Gibt hier eine aus. Jawoll. Da verbessern wir den Grizzly. Sehr gut. Da hinten geht's dann lang. Und was ist hier unten? Da unten können wir noch nicht durch. Dann ballern. Tagsgefäß ausspielen. Was ist das für eine, Alter? Okay. Okay. Ähm. Ich mach mal sowas. Er hat zwar Hackgefäße, die angreifen können. Natürlich. Die könnte auch anders sein. Das Marktgefäß dahin. Stachel dahin. Stachel dahin. Ich weiß, da bringt er nicht so viel. Aber das ist okay, weil wir gewinnen jetzt. Wunderst du dich über diesen Stern? Du hast oft gewonnen. Jetzt ist den Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Das wird sicher Kopfgeldjäger anlocken. Wenn du stirbst, wird es jedoch zurückgesetzt. Da taucht so ein Stern auf. Seht ihr das? Kann ich was mit dem machen? Veredelsteinisieren wir noch eine Karte. Ich kann mir vorstellen, dass mir das auch irgendwann in den Hintern beißt mit diesen Karten für Edelsteinen. Dass dann irgendwann die Situation kommt. Oh, hier ist es ganz schlecht, wenn du Edelsteine hast. Da hinten geht es auch noch lang. Okay. Edelsteinbeschützer. Nanopanzerung. Okay. Und der hier hat halt zwei Edelsteine. Ich bin eben die Beschützer. Neu. Neu. Reaktor aufladen. Kennen wir ja. Ich kann hier mittlerweile jetzt noch nicht viel machen. Nächste Runde. Haben wir noch ein Doppel-Bot? Es wird wahrscheinlich nicht reichen, was ich hier habe. Es dauert also lange. Jetzt schmiert auch die Horden hier um. Das ist gut. Ich weiß nicht, dass es bringt weil ich jetzt meine doppel schützen ausspielen muss zur seite mache ich jetzt in einer runde genug schaden ich glaube nicht wenn der sich nicht verwandelt hätte dann schauen wobei auch dann weiß ich es nicht und ich kann hier eine meiner fest zerstören welche anderen doppel schützen bot spielen dann reicht es vielleicht nein oh je dem generat ist der saft ausgegangen und er ist explodiert die einzelheiten du hast verloren wenn ich falsch runter runter rechts genau das war der kampf der war ja easy nach ich kann ich sogar schon meinen einsamen zauberworte kann ich nicht ich sollte die dinger vielleicht auch einfach da benutzen wo sie halt angebracht sind jetzt habe ich dieses zusätzliche energie ding nicht für den reaktorkampf gleich und ich habe leider mein kopfgeld verloren ich frage mich was das gewesen wäre mit bomben auffällen ist auch nicht sinnvoll ich habe den edelstein beschützer auf der hand ist es gut ich werde vas ich bin ich werde ich bin ich bin ich bin ich bin was ist das kaputt? ach shit hat leider auch den damage erhöht die wo leben erhöhen die kann ich eigentlich die trost weg machen weil die sind egal aber jetzt ist der fisch schon ins wasser gefallen ja das ist fisch reicht nicht das war aber auch dumm ich kann ja auch das zerstören der hammer ist ja endlos da hätte ich vielleicht früher dann tun sollen das bringt nichts mehr aber nachfolgend come on fuck du hast es geschafft du hast verhindert dass er explodiert jetzt ist er eine helden reicht das ein glück wünschen sehr gut oh den kennen wir doch der aufgespießte kleine kopf oh eine reisende in dieser gegend gibt es nicht viele du möchtest an diesen kriegen vorbei? ich will eigentlich gar nichts tauschen wir tauschen jetzt edelsteinsprenger das ist nicht gut das hier ist schon mit edelsteinsprenger doggo dafür nehmen wir potenziell den ohne edelsteinsprenger oder so ein schild anhefter ja der schild anhefter kann schon nützlich sein wir tauschen die doggos dann nehmen wir nochmal so ein finde ich ganz gut vorher kosten günstige karten ein drückenkampf aus den stapel auf die hand so ist es im leben mal lebt man mal gewinnen die anderen mal lebt man mal gewinnen die anderen ja du bist fisch du bist richtig erkannt da 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 ok denn die gegenstände sind aufgefrischt und diese bots da drüben sind auch abgeschaltet wir kennen der schön das radding haben wir geregelt frage haben sie dadurch internet scheinbar nicht hätte er sein können wenn er da auch sonst hier nichts zu tun scheinbar die tür zu finden ist immer so ein krampf der kälte gewohnt hat war ein echter klotz am bein obwohl ich zugeben will er war nicht langweilig der typ hat einen plan für die eventualität das heißt außer für die große transzendenz 25 robo kohle wusste nicht dass es das machen würde aber keine rückerstattung vier uhr wir irgendwo eine uhr hier oh wie nervig manchmal taucht der ramsch anderer wahrschreibe durch fehler hier auch beachte das möglichst gar nicht aber ich will es beachten mehr schrott willst du ihn der uhr robot natürlich wollen wir den okay okay Nicht da hin, hier nicht dorthin. Ein Scharfschützen-Bot da hin, klar, warum nicht? Ach klar, da kommt der Vier-Einser, logisch. Ist aber teuer für eine 1-1. Hm, die stehen da jetzt alle echt scheiße, ne? Ja. Den Stachel da hin. Schauen wir sie da hin. Abwarten, Tee trinken. Ja, Stimulation, wir stimulieren dich, keine Sorge. Es ist halt schon nervig, dass die Christie's nur jede zweite Runde Schaden machen. Aber reicht, wir haben gewonnen. Und damit war's das für heute bei einer weiteren Folge von Inscription. Wir sehen uns dann bei dem nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hau rein. Hau rein.